Willkommen bei einem neuen Video. Heute machen wir einen Ausflug in den Dschungel. Ich hab einen Vogel. Das wissen wir schon lange. Lass den Vogel hier. Warum? Wir können den doch nicht mitnehmen. Warum? Weil der sich hier wohler fühlt. Nein, der mag nicht. Wo willst du hin? Siehst du? Die Tiere wollen und gehören in die Natur.